Rote Rosen Staffel 19 – Wann geht die Telenovela weiter? Seit 2006 dürfen Telenovela Finsters Treiben in Lüneburg verfolgen. Wir verraten euch, wann es mit Rote Rosen Staffel 19 weitergeht. In Rote Rosen ist Lüneburg Dreh- und Angelpunkt für Geschichten rund um Liebe, Intrigen und Selbstverwirklichung. 2006 stehen im Mittelpunkt der emotionalen Telenovela starke Frauen, die in die idyllisch niedersächsische Stadt kommen. Um sich niederzulassen, ihre Vergangenheit abzuschütteln und neu anzufangen. Selbstredend stehen die ProtagonistInnen zunächst vor schier unüberwindbaren Hürden, arbeiten sich aber mithilfe ihres Freundesstreises immer wieder gen Happy End. Wir verraten euch, wann es mit Liebes wirren. Betrügereien und Selbstfindung in Staffel 19 von Rote Rosen weitergeht. Rote Rosen Staffel 19 – Das ist bisher bekannt. Natürlich geht es auch in der neuen Staffel um eine Frau, die Lüneburg als neue Wahlheimat ändert. Darstellerin Nicole Ernst wird als Katrin Zese die Hauptrolle übernehmen. Aus einem jahrelangen Koma erwacht, muss sich die Patientin erst in ihr neues Leben einfinden. Denn nach sieben Jahren hat Ehemann Florian, Stefan Plepp, mit Nicoles bester Freundin Anke, Anne Brentler, eine neue Familie gegründet. Tochter Mia, Leonie Beuthener, hat nach all den Jahren den Bezug zu Nicole verloren, nur Physiotherapeut Leo, Daniel Hartwig, fängt sie irgendwie auf. Soll Nicole um ihr altes Leben kämpfen oder sich ein neues aufbauen? Am 19. Staffel von Rote Rosen Oktober 2021 startet mit Episode 3432 die 19. Alternativen zu Rote Rosen Staffel 19 Wer die Zeit zu Staffel 19 von Rote Rosen überbrücken oder auch mal schauen will, europäischen Nachbarländer im Telenovela-Genre zu bieten haben, sollte einen Blick nach Spanien werfen. Denn die iberische Halbinsel hat sich als zuverlässiger Lieferant für emotionale und kitschige Geschichten entpuppt. Wird, Alberto Marquez, Miguel Ángel Silvestre, soll Ende der 50er das Modehaus seines Vaters übernehmen und für das neue Zeitalter der Haute Couture vorbereiten. Das R-Gefühl für die Einfach-Näherin Anna Ribera, Paula Echevarria, hegt, erleichtert die Aufgabe allerdings nicht. Die Telenovela ist bei Netflix und Amazon Prime im Abo auf dem Sony-Channel enthalten und über iTunes zu kaufen. Grand Hotel Das luxuriöse Grand Hotel ist Schauplatz für Intrigen, heimliche Liebschaften und sogar Morde. Kellner Julio Olmedo, Ian González und die hübsche Hoteliersdochter Elisha Alacon, Amaya Salamanca, untersuchen das Verschwinden von Julios Schwester und stoßen dabei auf die dunklen Seiten der Hotel-Dynastie. Telenovela Diese Serie blickt hinter die Kulissen einer Telenovela. Die Serie ist als Kaufstream bei Amazon im Programm. Anna-Sofia Calderon, Eva Longoria, ist Hauptdarstellerin einer solchen und bekommt ihren Ex-Mann Javier, Jan Carlos Canela, an ihre Seite gestellt. Die spaßige Sitcom ist bei Amazon und iTunes als kostenpflichtiger Stream erhältlich. Ein Kampf um die Gunst der Filmgru entfacht. Untertitelung des ZDF, 2020